Ich weiß, dass ich mal mit meiner Großmutter in der U-Bahn fuhr und dann kam eine sehr dicke Frau. Und da sagte ich zu meiner Großmutter auf Russisch, damit es niemand anders hört, wenn die sich setzt, dann platzt sie. Und daraufhin sagte diese dicke Frau, ich habe mich gesetzt und bin nicht geplatzt, auf Russisch. Das war nämlich eine dicke Russin. Also solche Sachen gab es schon. Also ich war da schon auch frech. Vielen Dank.